Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme-Session hier bei Anno2070 mit dem Tiefsee-Add-on. Datenlog für Missionsziele aktualisiert. Ja, sehr schön. Neuen Auftrag mal angenommen. 45 Tonnen Kohle. Das ist doch schon mal relativ einfach zu machen. Stimmt, das waren die zwei U-Boot, die wir noch bauen sollen. Darum möchte ich mich auch noch kümmern. Und dieses Schiff hat... Ah ja, genau, 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 genau. Ich entsinne mich. Ich packe das jetzt alles mal hier in diese Arche rein. Wenn wir aber noch aufteilen, denn ich habe hier etwas anderes noch vor. Aber ich muss dann erstmal gucken, wie es hier bei diesen Uta-Wasser-Plattos aussieht. So, jetzt holen wir uns erstmal die Kohle, dass wir den ersten Auftrag schon mal abschließen können. Dann möchte ich mal schauen, dass wir hier die ganzen Ökobilanzen wieder nach oben bekommen. Apropos Ökobilanzen, ich habe eben gesehen, dass wir hier mal endlich... Kommunikationssysteme online. ...anders in der Politik haben. Nein, doch nicht. Okay. Schade eigentlich. Dann holen wir uns hier einfach noch die Produktivität. Sie werden von der Kreativitätsformel begeistert sein. Ja, das hoffe ich doch sehr. So, dieses Schiff hat ja mein... ...Ähm... ...Wasserkraftwerk. Das wollen wir auch so gleich aktivieren. So, damit haben wir auch den letzten Punkt hier. Äh, das war ja irgendwo klar, ne? Naja, dann machen wir das halt so. Dann machen wir das halt noch nicht so. Mal... Okay, macht's doch so. Aber erstmal hier nicht die Kreativität einstellen. Aber im Übrigen, äh, die Verabschiedung am Partende und die Begrüßung am Partanfang fällt vorerst mal weg. Denn ich nehme hier jetzt mit Outer City auf. Oder mit Hilfe, äh, von Outer City noch mit auf. Und da ist es so ein bisschen blöde, irgendwie, äh, die Katz zu setzen. Da muss ich mich noch so ein bisschen richtig reinarbeiten, weil Outer City funktioniert ja nur leider im Hintergrund. Kann man nicht so schön steuern wie eben jetzt, äh, Fraps, beziehungsweise die X-Troy. Die X-Troy habe ich hier für Anno immer noch nicht richtig zum Laufen bekommen. Keine Ahnung warum. Aber okay. So, Produktionsstätten im Übrigen Sinne. Da war ja noch was. Und zwar die Betonzellen. Die werden wir hier jetzt mal anfangen. Warnung. Produktion gestattet. Terrosin ist aber auch schon wieder voll. Das ist ja auch sehr schön. Ich denke mal, eine dürfte lang. Dann können wir nämlich die andere abreißen. Äh, wenn ich sie denn finde. Doch, Tycoon, es war doch richtig. Hier, bei ihm. Kalk brauchen wir dazu auch. Moment. Kalk haben wir hier auch. Okay, dann ist das ja alles gar kein Problem. So, erst mal Sand und den Kalk. Da komme ich natürlich nicht hin. Wunder, oh Wunder. Äh, schätzen wir das mal so, dass ich die Humor auch bekomme. Ich weiß gar nicht, ob ich hier alles für die dann hinbekomme. Das ist noch so. Das ist noch so die große Frage. Gucken wir das jetzt in die Straße einfach mal so runter. Und gleich alles maximal upgraden. Das ist immer am besten. So, dann hier noch eine nette Straße entlang führen. Und genau, die Betonfabrik bauen. eine sollte definitiv langen. Dann können wir nämlich die hier, ähm, eingebenen. Was brauchen wir nicht mehr, das nicht? Ähm, beim Kalk weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wird hier auch noch weiter transportiert. Wobei, es wird hier auch irgendwie nichts mehr. Achso, okay. Es ist halt gerade zufälligerweise bei Null. Ähm, reduziert die Bevölkerungswachstumsdauer, erhöht die Steuer ein... Ey, mehr Steuern hier. Ich will mehr Geld. Ich will hier irgendwann mal auf 10.000 sein. So, nee. Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Okay. Ähm, dann doch erst was anderes. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir machen jetzt erstmal die Kohle weg. Ähm, so, dahin. Das passt soweit. Ich bin gerade am gucken. Da ist noch... Nee, das ist doch auch ein Krankenhaus. Okay. Ach stimmt, das ist jetzt nur da oben dieser... Was ist das eigentlich? Haben Sie dagegen keine Medikamente? Doch, ich habe Medikamente dagegen. Wirklich. Sehr gute Beton an den Füßen. Über Wasser. Naja, gut, du bist dann unter Wasser und so, ne? So, ähm... Gut, Kohle. Gib mir mal die Kohle her. Also, das war ja klar. Okay, aber auch egal. 1, 2, 3, 4, 5. Und einmal zur Arche, bitteschön. Dann wurde ich gefragt wegen Mods. Ähm... Prinzipiell würde nichts dagegen sprechen. Jetzt steht ja Fastnet vor der Tür. Beziehungsweise Fasching steht vor der Türe. Und von daher werde ich wahrscheinlich die Woche jetzt noch nicht so richtig dann dazu kommen. Ähm... Ob ich das also bis zur nächsten Aufnahmesession packe... Registriere Bereitschaft zum Abschluss des Auftrags. Nachricht an Ihren Mann. Ja, ja. Äh, das kann ich bisher dann halt schlecht sagen, ob ich das packe. Wie gesagt, ähm... Ich werde mein Bestes geben, mir mal das Ganze anzuschauen. Ähm... Mal ein bisschen auszutesten, was das eigentlich ist. Ich komme jetzt gerade auch auf den Namen nicht mehr von diesem Mod. Aber ich habe es... Ich habe mir es notiert. Ich habe es aufgeschrieben. Auf jeden Fall. Ähm... Bin für solche Sachen natürlich gerne offen. Ähm... Das sollte ja nicht das Problem sein. So... Und zwar ist die Überlegung, die... Wer hat Interesse, beim alten Trenchcoat ein paar Geschäfte zu machen? Ja, ich auf alle Fälle bestimmt irgendwann mal, wenn ich dran denke. Die Sache ist ja die... Äh... Hier unten werden wir ja so weit nicht mehr glücklich. Das ist ja vollkommen überfüllt. Also überüberfüllt. Das ist so übervoll. Übervoller. Geht's ja gar nicht. Naja... Jetzt ist natürlich die Sache, die ich habe überlegt. Wie kriege ich dieses Problem in den Griff? Und ja, beim Rendern ist mir das dann eigentlich aufgefallen. Dass wir hier nebendran... Entwarnung! Seuchengefahr eingedämmt. Sehr schön. Das hört mich sehr... Dass hier hier nebendran ja direkt auch nochmal eine Unterwasserinsel ist. Und dann habe ich mir ein paar ältere Aufnahmen sogar angeguckt. Die ist auch natürlich riesengroß, ne? Ähm... Dieser Auftrag ist von existenzieller Bedeutung für... Für die gesamte Menschheit. Äh... Wie hier ist es nichts Gescheites. Wie hier ist es nichts Gescheites, Junge. Dann gibt's echt, äh... Schlie und so, ne? So. Äh, wenn er schon mal da in der Nähe ist, dann schauen wir da auch mal ganz nach. Ähm... Aber ich glaube, hier ging's nicht, ne? Ansonsten... Da haben wir... Bei uns ging's auch nicht. Es wäre sehr hilfreich. Würden Sie sich diese Angelegenheit annehmen? Ja, ja. Hätte ich... Ansonsten hätte ich das hier hier schon längst gebaut. Das war die einzigste Insel. Da war ja auch soweit nix. Wobei Energieprobleme haben wir ja bei weitem überhaupt nicht. Da haben wir ja eher andere Probleme. Das ist unter... Äh... Überwasser. Da ist auch soweit nix. E ist eh unrelevant. Unrelevant? Was für ein Deutsch. Ist das nicht relevant? Das ist diese ganz komische Insel hier. Mhm. Okay, da auch nicht. Also ich schau nur mal nach. Also man kann sich's ja mal holen. Bei den Lizenzen, wo wir haben. Ähm... Definitiv. Ein Blick wert. Aber ansonsten ist hier nichts dabei. Höchstens bei ihm. Das ist noch ein Negativ. Was bringt denn das Negativ? 200. Das wäre jetzt wieder etwas, wo ich wegmachen kann. Also ich hab mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Wenn das da hier oben drauf herumkreist. Dieses rote Blatt. Kann man es wegmachen. Und ansonsten hat man die A-Karte gezogen. Wobei ich jetzt sagen müsste, ich wüsste auch gar nicht, wie man hätte anders da reagieren sollen. Weil wenn man ja ihn hier, das Warendepot, was in der Nähe war, vernichtet hätte, ob dann auch das Atomkraftwerk zerstört wäre oder nicht. Hm, keine Ahnung. Sehr gute Frage. Okay. Ich will sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Oh, mein Freund. Atomkraftwerk. Sehr schön. Werden wir uns vielleicht irgendwann auch mal gönnen. Das Ding hier... Beeilung. Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Ah, mach, mach, mach hin. 27 Minuten. Weißt du, wie lange mir das langt? 27 Minuten, um genau zu sein, wenn ich die Zeit nicht beschleunige. Wo, äh, nichtsdestotrotz ist jetzt dann die Frage, die... Ähm, wir schauen mal, was wir von dem ganzen Zeug einfach dann sagen, wir bauen das eben hier an. Das ist echt eine gute Frage. Das war euch natürlich erst mal mein U-Boot. Wobei, also, das lasse ich mal dort. Wobei, die können nicht ich mal auf die Arche lagen. Und eher mit der SR2 wieder arbeiten. Komm, mach mal den ganzen Rest hier auf die Arche. Das dauert nicht so lang. Was kann ich für Sie, erwarte, Ihren Befehl? Jetzt komm schon. Du fährst mal hier rüber. Da nehmen wir uns dann mal von allem etwas mit, was man da unter Umständen brauchen würde. Carbon, Bauzellen, Akkuschrauber. Ähm, noch mehr Bauzellen. So. Und dann schauen wir mal, welche Produktion wir da rüber verlegen. Wir sind natürlich die Frage, das ist ja alles ein bisschen chaotisch aufgebaut hier auf dieser Insel. Dass wir da einigermaßen gut zurechtkommen. Okay, Giftmüll sollten wir aufsammeln. Ja, das ist natürlich dann schon für die Menschheit relativ wichtig, dass die entfernt wird. Okay. Und diese Fundstücke möchte er natürlich haben. Aber nicht mehr ins Meer schmeißen, Junge, ne? Sonst war ich böse. Aber mächtig böse. So. Gib mir mal meine SR2. Ja, Carbon sieht's gut aus. Akkuschrauber, äh, Bauzellen sieht's ein bisschen mies aus. Aber, ähm, da könnten wir vielleicht bei einer anderen Insel noch ein bisschen was abholen. Halt, nee, das da wollte ich doch. Ansonsten nimmt der Rest eher so ein bisschen ab. Okay, sanden so. Warum denn Betonplatten eigentlich ab? Ich meine, noch nicht weiterverarbeitet. Na gut, ich hab die halt mal abgeholt. Außer es wurde gekauft. Nee, gekauft kann auch nie sein. Äh, Carbon ist natürlich hier hinten. So, sehr schön. Dann schicken wir dich doch nochmals da hin. So, wie sieht's jetzt hier? Ja gut, okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde, weil ja hier... Das Tool... Doch, es läuft schon. Okay. Stimmt, ich müsste hier... Aha, Sie kommen also mit Ergebnissen. Ja. Bei diesem Auftrag bin ich auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Äh, ob Sie den Schmuggel wirklich durchziehen wollen? Das ist nur ein kleiner Test Ihrer Fähigkeiten. Ja. Oh je. Ich seh schon. Ich will nicht drängen, aber die Zeit läuft. Ich seh schon, das wird wieder ein bisschen Arbeit. Das wird gut geschützt, ne? Naja. Kriegen wir hin. So, nee, da baue ich wahrscheinlich gar nicht. Guck mal, ob ich mir das U-Boot schon leisten kann. Jep. Boah, 35 Carbon kostet das Drecksding. Na, das ist super. Was hat man eigentlich im Angebot hat? Jetzt auch diese komisch, diese tollen Dinger. Na, ey, ich liebe es. Hat man's, braucht man's nicht mehr. Ne, ne, wenn man's nicht mehr braucht, bekommt man's. Und wie man braucht's, ne? Das ist wie in pre-life. Wie in pre-life. So, was hat man da? Okay. Ja, ich muss echt mal, ähm, mehr bei der Akademie auch arbeiten. Und da mal gucken, dass wir... Achso, warte mal, zu wem soll ich denn jetzt? Ah, Gott sei Dank, dass ich jetzt zu dem da unten hin muss. Ich seh nämlich hier oben ist ja auch noch einer. Ach ja, sehr schön. So, haben wir zweimal die Möglichkeit hier hart zu failen? Und das ist natürlich extrem geil. Hoppa! So. Ich will sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Das ist die Frage, wohin weichen die aus? Nach oben. Sehr schön. Das ist mir ja auch schon mal zum Empfängnis geworden. Wobei, nö, die bleiben hier noch. Okay. Sehr schön. So, dann fährst du da hin. Mittlerweile dürfte die SR2 da unten sein. Und einmal Bauzellen. Sehr schön. So, und damit fahren wir jetzt mal da rauf und erschaffen hier nochmals ein neues Paradies für uns. Oh, ja. Oh, dann ist halt echt die Frage, was machen wir? Ich meine, die Items könnte man ja dann von der Arche, äh, von der Arche, natürlich von dem Warendepot hierher holen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ähm, man könnte natürlich anfangen... Ja, dann muss ich aber die Handelsrouten auch neu einstellen. Aha. Also ich wäre ja fast, ähm, dafür, erst mal das da hier zu machen, weil da bräuchten wir nur den Sch... die Schwämme. Genau. Genau. Und hier haben wir... ein oder zwei von den Teilen drin. Zwo. Okay. 25, 25, sehr schön. Dann müssen wir die da unten ausfindig machen und abreißen. Wo auch immer so sind. Die da hier sind, das okay. Ah, nee, das ist die verarbeitende Fabrik. Ich möchte die nämlich dann auch irgendwie mal ein bisschen geschickter positionieren und so, ne? Das sind die Schwämme. Das sind die Schwämme. 4, 4, okay. Weil wenn wir SAAT noch weiter pushen, sieht es hier unten halt echt dreckig aus. Lithium wird hier ordentlich gefördert. Und vor allem, die ich... Da könnten wir halt noch mal... Das ist echt so blöde gemacht. Also das muss man schon lassen. Wo bräuchte ich die? Ja, gut, von denen habe ich echt viele. Ach ja, die sind ja so enorm groß. Ich habe gerade gedacht, das sind 6 Register, aber nee, das sind ja nur 3. Wenn man dann natürlich die ganzen Energie-Generatoren dann wegschmeißt, was ist das hier eigentlich? Ach ja, aber das würde ja dann auch wegfallen. Also man könnte dann hier unter Wasser definitiv mal ordentlich aufräumen. Das sind die Korallenteile da. Das ist... Ah ja, U-Boote. Komm, die lassen wir mal. Ich glaube, die machen hier ja keine U-Boote. Nur Fahrzeuge und Flugzeuge. Ja. Okay, Flugheiten, Schiffe, U-Boote fehlt. Null TPS, ja. Passt. Soweit. Wird auf alle Fälle nicht gerade einfach, aber dann können wir die Biotika-Züge doch noch selber herstellen. Dann haben wir alles. Aber bevor wir das... Das ist ja alles schön und gut. Ja, nein, 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 nein. Die wir berücksichtigen müssen. Ach so, das ist schon zu weit abgeschlossen. Okay, jetzt habe ich schon gerade gedacht. So, 25 Tonnen Kunststoffe. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Ähm... Hm, 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 hm. Das ist natürlich wieder mal alles voll. Aber wir haben hier unten einen Hafen. Und ich würde sagen, wir bauen hier einfach mal so ein paar Container ins Wasser. Die günden wir uns. Drei Stück. Komm, machen sechs Stück draus. So, damit können wir dann zumindest mal ein bisschen noch was auf Vorrat haben. Das ist sehr schön. Die Schrift ist schon da. Fisch. Frischer Fisch ist schlecht für Fisch. So. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier gar keinen Tee, aber ich... Für dies, dass der hier der Tee. Mein Gott. Okay, äh, Kunststoffe. 25 Tonnen. So, noch 5. Exzellent. So, und das kriegt jetzt, ähm, er da drunter. Okay. Dann hätten wir das auch schon mal abgeschlossen, soweit. So, dann würde ich sagen... Diese Sache kann ich nur Ihnen anvertrauen. Äh... Ja. Mach aber. Mach aber, mach aber. Zu zwei Stationen. Das geht doch schon mal ganz gut. Ähm... Dann kommt mal her. Wo ist denn das Schiff? Ach da. Und natürlich... Die Luftflotte. Äh... Das... So. Das sind dann wahrscheinlich die zwei Orte, wo die hin sollen. Du tauchst mal ab. Dann bauen wir das da gleich auf. Wobei das... Na gut, die Schwammkultur und so. Ich kann das hier alles schon mal soweit vorbereiten. Wir müssen ja erstmal hier die, äh... Tycoons nach oben bekommen, damit wir überhaupt mal das andere Teil bauen können. Außer... Er würde... Steht sie? Effiziente Ölförderung ist ein Hochkomplik. Ja, ja. Nun, wie ist der Stand der Dinge? Hervorragend. Allerdings gibt es noch ein weiteres Steinchen in diesem Mosaik. Äh... Meine Güte, meine Güte. Mach das Ding hier mal fertig. Und Hektors Flotte ist wo? Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt irgendwo eine falsche Taste gedrückt? Kommt mal her. Na? Ich lege diese Aufgabe vertrauensvoll in ihre Hände. Kann ich noch mit ihnen rechnen? Ja, natürlich kannst du noch mit mir rechnen. So, wo will der denn hin? Nee, das ist das Falsche. Er will jetzt erstmal da hoch. Okay. Jetzt beginnt natürlich die Spielerei wieder. Meine Flieger. Wie weit seid's da denn? Vor allem... Das... Ah, Herrgut, das könnte ich ja so regeln gerade. Das wäre ja das Einfachste. Sehr schön. Wenn das da hier eigentlich kaputt ist, müssten die ja abhauen. Dann haben sie Angst vor mir. Und... Tschüss. Okay, soviel dazu. Ähm, Hektors Flöckchen. Ach, guck mal an, da... Warnung. Fahrzeug unter den Schuss. Ja, werden wir hier gleich angegriffen, ne? Supi, ja gut, okay, dann... Würde ich fast sagen, warten wir hier sogar noch.